Mit der 13-40-Fahrtzeit in Süddeckern, 22, ganz ganz aus, das wird ein 20-40-Fahrt. Vornehnberg mit der 26. Autoschulz. Mit der Autoschulz mit der Autoschulz der Kapitän, Björn Wüsterberger. Wir begrüßen euch herzlichen Twitter von RTB-Scene, Jus Luka. Schienzrichter der Antigen Partei ist Lüte Amd. Im Assistenz Georg Schalt und Michael Heimler. Vierter Offizier, da ist Rostian Dacat. Rostian Dacat. Rostian Dacat. Rostian Dacat. Rostian Dacat. Das war's für heute.